Aprilia, diese Stadt am Fuße der Albaner Berge, war schon in der Hand des Feindes und ist von unseren Truppen zurückerobert worden. Dabei verlor der Feind ein geschlossener Bataillon seiner Elite-Truppen. An dem Artilleriekampf hat die Flak wesentlichen Anteil. Getarnte Beobachtungsstelle. Der Gefechtsstand einer Batterie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017